Der nächste ist Rangers gegen Manchester City. Und wer verlasst eiskalke Partie? Sorry, hab mich verdrückt. Wollte auf Jahr, aber eigentlich bin ich auf Nahen angekommen. Na gut, wenn ihr jetzt nicht mehr spielen müsst heute. Gegen eine 3-0 Wertung machen wir das schon. Manchester City. Es hat die eine Uraufschreie gegeben unter die Fenster, dass diesmal keine Demo gegeben hat. Fürs neue FIFA. Ja, weiß gar nicht warum. Ich hab's noch gelesen, dass es keiner gibt. Wahrscheinlich, dass wir mehr Geld kriegen durch dieses IEP. Was bringt das eigentlich? Vorab Zugang und 10 Stunden kann ich das zocken. Man zahlt ja da monatlich oder jährlich was. Monatlich. Und sonst bringt das quasi nichts? Keine Ahnung. Ich hab's ja jetzt nur für dieses FIFA. Achso, dass du das jetzt nur das eine Monat geholt. Genau. Also ich dachte, das ist das, was du eh schon gehabt hast, auch diese Mitgliedschaft bei EA. Nein. Danke. Danke. knapp 5 zu viel gegen Al-Hilal. BILLEG! 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 Man schenkt sich hier nichts. Für City muss schon langsam der 3er her. Die Avengers wollen auch wieder aufsteigen. Die Avengers wollen auch wieder aufsteigen. Die Avengers wollen auch wieder aufsteigen. Oh. 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 Aber jetzt hilft sie gut defensiv aus. Uuuuhhh! Schade. Schade. Mache. Schade. 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 Das ist ein gutes parti und hinterher? Ja? Schade. Schade, da gibt es kein besseres Team. schön gelöst jetzt werde ich doch die nein so nicht aber sehr schnell nein was mache ich Das ist hier noch ein Eckball. Ich bin schon ruhig. Dottie, 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 du machst mich fertig, Alter. Dottie, Dottie, Dottie. Dottie, 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 Dottie. Dottie, Dottie, Dottie. hier gibt es einen wechsel ja asiano erste turnier treffer ah nein echt das habe ich jetzt nicht vermutet dass das abseits wird abseits wird mit dem ja 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 Vielen Dank. Der hat jetzt Sitte im Spiel. Ja, und das ist sehr stark jetzt in dieser zweite Halbzeit gestartet. Der hat jetzt Sitte im Spiel. Oh, was machst du? Voll krasse Haken. Oh, was machst du? Nein! Oh, ja. Oh, schön. Oh, das war wieder upset, oder? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. der aufstieg für die cities wird immer schwerer und schwerer ja und die winters kommen mit dem drei natürlich ein stück mehr ja oder Da schießt er. Nein. Da schießt er. Billig. Der Referee hat gezeigt, dass es ein Minimum von drei Minuten von Abitern geben wird. Ich muss sagen, erst hat es etwas sehr, sehr ausgeglichen, aber zweitens hat es dann doch Metal Ranges gehört. Ja, Gratulation, da gibt es jetzt nichts daran zu rütteln.